Hören wir das Wort Autobahnpolizei, dann denken vermutlich die meisten von uns erstmal an die RTL-Trash-Serie Alarm für Cobra 11. Vor unseren Augen spielen sich Highspeed-Verfolgungsjagden, Schießereien und Explosionen ab. Ja, der Alltag der echten Autobahnpolizei ist aber natürlich ein bisschen unspektakulärer und besteht eher aus Verkehrskontrollen und Unfallsicherungen. Entwickler Z-Software und Publisher Aerosoft haben es sich zur Aufgabe gemacht, diesen Alltag als Simulation in Videospielform zu bringen und… scheitern damit nun schon bereits zum dritten Mal auf sensationell inkompetente Weise. Wir haben den Autobahnpolizei Simulator 3 gespielt und erlebten dabei ein Wechselbad der Gefühle. Mal liefen uns die Lachtränen, mal schlugen wir die Hände über dem Kopf zusammen und murmelten, das darf doch alles nicht wahr sein. Meinen die das wirklich ernst? Bereits vor dem Release des Spiels sprachen wir mit dem Head of Producing von Aerosoft über den Autobahnpolizei Simulator 3. Dessen Aussagen klangen auch sehr schlüssig und sympathisch. Man sei sich bewusst um den Trash-Appeal des Vorgängers und habe sich über die dadurch entstandene Aufmerksamkeit sehr gefreut. Genau deshalb wolle man die verrückten Dinge im Nachfolger ausbauen und habe dementsprechend Spezialmissionen eingebaut, die etwas überdreht sind und sich selbst nicht zu ernst nehmen. Gleichzeitig wolle man die ärgerlichen, haarsträubenden Bugs aus Teil 2 nicht wiederholen. Mit dem Autobahnpolizei Simulator 3 lachen statt über ihn lautete also die Devise. Daraus ist aber wieder nichts geworden, denn allein technisch ist das Spiel schon eine ziemliche Katastrophe. Die miserable Framerate sorgt regelmäßig für Kopf- und Augenschmerzen. Wir gehen jede Wette ein, solltet ihr eine Radtour über die Bahngleise machen, während auf beiden Seiten neben euch eine Elefantenhorde vorbeitrampelt und hinter euch ein Flugzeug abstürzt, dann würde es nicht heftiger ruckeln als dieses Spiel. Okay, vielleicht übertreiben wir hier ein bisschen, aber auch nur ein bisschen. Zusätzlich zum Geruckel ist die Steuerung auch noch gleichermaßen hypersensibel und ungenau. Das äußert sich dann darin, dass man ewig hin- und herzuckelt, um Verkehrshütchen ordentlich abzustellen oder man andauernd mit dem Auto gegen die Leitplanke kracht. Gerade bei hoher Geschwindigkeit hat man kaum noch Kontrolle über das Fahrzeug. Dazu sei auch noch gesagt, dass man ansonsten erhöhtes Tempo auch gar nicht bemerken würde, weil keinerlei Geschwindigkeit vermittelt wird. Es fühlt sich ständig so an, als würde man mit einem Schneckenhäuschen auf dem Buckel über den Asphalt glibbern. Immerhin sorgt die Physik regelmäßig für Lacher. Wir fuhren schon mal absichtlich über Bodenwellen, um zu sehen, wie unser Auto nen Abflug macht. Leitpfosten sind übrigens so massiv, dass unsere Karre daran zerschellen würde, wenn es denn ein Schadensmodell gäbe. Tja, stoppen kann uns nur ein Begrenzungsfall. Dengel, Dengel, Dengel und so. Ihr möchtet weitere Beispiele für den schlimmen technischen Zustand von Autobahnpolizeisimulator 3? Gerne, aber wo sollen wir da bloß anfangen? Immer wieder mal setzt einen die Schnellreise am falschen Ort ab oder funktioniert gar nicht mehr, bis man das komplette Spiel neu startet. Immer wieder kommt es auch vor, dass wir uns in Objekten verhaken und dann zum Beispiel in einem Haufen Steine festhängen. Oder wir spawnen gleich halb in der Autotür und können nichts anderes tun, als unseren Partner zu erschießen, damit die Mission neu gestartet wird. Apropos Schießen. Die Schusswechsel spielen sich ohnehin so angenehm wie ein Schlaganfall. Manchmal funktionieren sie aber auch einfach gar nicht. Wir können schießen, so viel wir wollen, aber unsere Kugeln treffen den Gegner nicht. Wenn sie ihn dann mal treffen, sieht es dafür urkomisch aus. Theoretisch müssten wir aber auch gar nicht schießen, denn angeblich kann man viele Gegner auch schleichend ausschalten. Das Problem, es geht nicht. Obwohl die KI beschmierter ist als ein Raststätten-Klo und nicht mal mitbekommt, wenn ihre Verbrecherkumpel direkt daneben abgeknallt werden, sieht sie uns beim Schleichen offenbar mit ihren geheimen Hinterkopfaugen. Jedes verdammte Mal! Immerhin sind die ungelenkten Animationen unseres Polizisten so wunderbar lächerlich, dass wir während des Tests einige Lachtränen vergossen haben. Und das war's immer noch nicht mit den Bugs und technischen Unzulänglichkeiten. Manchmal fällt mitten in den ohnehin ziemlich miesen Dialogen plötzlich die Tonspur aus. Dadurch werden dann eben auch keine neuen Zeilen getriggert und die Gesprächsteilnehmer stehen mit verzerrten Gesichtern in der Gegend rum. Besonders schön ist auch der Tag-Nacht-Wechsel, der ungefähr so gut erkennbar ist wie ein Gameboy-Bildschirm bei Dunkelheit oder Dämmerung oder zu starkem Sonnenlicht. Ihr versteht schon. In unserem Spielstand war's einfach fast die ganze Zeit zwölf Uhr mittags bei strahlendem Sonnenschein. Lediglich in einer einzigen Mission schaltete das Spiel in den Nachtmodus. Bei einem anderen Auftrag, der ebenfalls bei Nacht spielte und in dem wir Fotos von Rasern schießen sollten, blieb's aber hell. Da war's dann natürlich besonders witzig, dass wir offensichtlich bei Tag unterwegs waren, die von uns geschossenen Fotos jedoch die Autobahn bei Nacht zeigten. Weitaus weniger lustig sind die verbuggten Unfall-Missionen. Eigentlich sollte es bei den Verhören der Unfallbeteiligten neue Dialogoptionen geben, wenn man verschiedene Hinweise auf der Fahrbahn findet. Die werden aber nur in den allerseltensten Fällen auch getriggert. So ist es natürlich nicht möglich, ein Geständnis zu bekommen und den Fall komplett abzuschließen. Doch selbst wenn man ein Geständnis erhält, heißt das noch gar nichts. Gerade noch erzählt uns irgendeine Flitzpiepe, dass sie am Steuer mit dem Handy gespielt und somit den Unfall verursacht hat. Da sagt unser Polizist zu seinem Kollegen, dass er sich nicht erklären könne, wem das gefundene Handy gehöre und somit für den Crash verantwortlich sei. Glücklicherweise kann man die Missionen trotzdem abschließen, erhält aber eben weniger XP. Zur Grafik brauchen wir wahrscheinlich nicht viel sagen. Ihr habt schließlich auch Augen im Kopf, die gerade vermutlich versuchen, aus ihren Höhlen zu flüchten. Klar, das Team von Autobahnpolizeisimulator 3 verfügt sicherlich nicht über das Budget von AAA-Produktionen, aber deshalb muss der Titel ja nicht gleich aussehen wie ein sehr unansehnliches PS3-Spiel und dabei noch ruckeln. Und das auf der PS5 wohlgemerkt. Das muss einfach besser gehen und darf so nicht veröffentlicht werden. Nachdem wir jetzt sämtliche Hoffnungen von euch kleinen Aushilfs-Autobahnpolizisten zerstört haben, kommen wir doch mal zu solch unwichtigen Punkten wie Story und Gameplay. Unwichtig deshalb, weil diese Aspekte offenbar nicht sonderlich weit oben auf der To-Do-Liste der Entwickler standen. Falls überhaupt etwas auf der Liste stand. Wir beginnen als junger Polizist oder junge Polizistin und gestalten den Charakter in einem rudimentären Editor zumindest halbwegs nach unseren Wünschen. Dann geht's auch schon los, denn wir werden von den Kollegen begrüßt und erfahren, dass wir offenbar längere Zeit im Krankenhaus waren, weil uns eine Raser-Gang in einen Unfall verwickelt hatte. Unser Kopf möchte natürlich Jagd auf die Raser machen, aber unser Chef und unser Partner mit Stock im Arsch finden das gar nicht so dufte. Schließlich ist unser Rang noch viel zu niedrig. Und wie erhöht man den Rang? Natürlich, indem man Aufgaben abschließt. Für einen Rangaufstieg müssen wir jeweils drei Aufgaben erfüllen, die ungefähr so aufregend sind wie ein Shuffleboard-Turnier im Haus Abendfrieden. Neben normalen Aufträgen wie Verkehrskontrollen oder den ruckeligsten Verfolgungsjagden der Videospielgeschichte erwarten uns auch spannungsgeladene Aufgaben wie Teste zwei Notrufsäulen. Sammle ein Warndreieck. Das hat wohl jemand vergessen. Kaufe einen Donut. Ein Donut würde mir reichen. Kommt sofort. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Oder schieße ein Foto von einer Sehenswürdigkeit. Mal ganz davon abgesehen, dass die Sehenswürdigkeiten wie verrottender Kompost aussehen, ist das natürlich reichlich öde. Dazu kommt dann auch noch, dass manche Aufträge auch einfach durch Bugs nicht abgeschlossen werden können. So spawnt beispielsweise das Auto nicht, das wir verfolgen sollen. Notrufsäulen lassen sich nicht benutzen oder es geht einfach kein Funkspruch ein, auf den wir reagieren sollen. Glücklicherweise kann man nicht funktionierende oder zu öde Missionen auch abschließen, indem man verdiente XP dafür ausgibt. Allerdings benötigt man auch XP, um im Tech Tree neue Fahrzeuge oder Verbesserungen zu kaufen. So muss man ab und an auch schon mal ein bisschen grinden. Im Grunde genommen macht das aber auch nichts, da sich die normalen Missionen immer gleich spielen. Egal, ob es sich dabei um Straßensperren, Verkehrskontrollen, Unfallsicherungen, Verfolgungsjagden oder was auch immer handelt. Stets kämpft man gegen Langeweile und technische Unzulänglichkeiten. Allein schon das andauernde Rumlaufen, um sich am Whiteboard auf der Polizeiwache neue Aufträge abzuholen, ist bereits nach kurzer Zeit extrem nervig. Ist der Autobahnpolizeisimulator 3 also ein hoffnungsloser Fall, bei dem überhaupt gar nichts stimmt? Ja, schon irgendwie. Wir raten jedem vom jetzigen Kauf ab. Solltet ihr aber Hardcore-Trash-Fans sein, könntet ihr vielleicht später mal in einem Sale zuschlagen und dann für einen schmalen Taler durchaus Spaß mit den teils unfassbaren Bugs, den Cringe-Dialogen und der im Spiel herrlich doof vorgetragenen deutschen Spießigkeit haben. Wir mussten zum Beispiel herzhaft lachen, als sich ein stümperhaft synchronisierter Drängler in einer ruckeligen Zwischensequenz über die Olle, die zu langsam fährt, ins Handybeschwerde. Das ist gefährlich. Nur so eine Olle, die für die Autobahn viel zu langsam fährt. Hey, ich wollte noch sagen, da... Außerdem sind die großen Spezialmissionen, von denen man eine alle fünf Rangaufstiege freischaltet. Ganz nett. Hier beweisen die Entwickler durchaus schon mal Humor und es passiert auch ganz einfach mal was. Klar auch hier zicken Technik und Gameplay, aber es gibt wenigstens ein bisschen Abwechslung. Und glaubt uns, wenn ihr bereits stundenlang Dokumente geprüft und Reifenprofile gecheckt habt, seid ihr für so ziemlich alles dankbar, dass ein bisschen anders ist. Ich werde Ihr Fahrzeug und den Kofferraum kontrollieren. Bitte warten Sie einen Moment. Ansonsten ist der Autobahnpolizeisimulator 3 aber wirklich eine Zumutung. In diesem technischen Zustand hätte er nicht veröffentlicht werden dürfen. Und auch in Sachen Gamedesign hinkt er anderen Spielen nicht nur Jahre, sondern eher Jahrzehnte hinterher. Gnadenpunkte gibt's nur dafür, dass uns das Spiel mehrmals zum Lachen brachte. Das geschah zwar meistens unfreiwillig, aber da wollen wir mal nicht so kleinlich sein. Das überlassen wir lieber den Polizisten im Spiel. Welcher stinklangweilige Beruf sollte eurer Meinung nach mal als trashiger Simulator verwurstet werden? Schreibt's uns doch gerne mal in die Kommentare. Und noch ein Tipp? Auf pcgames.de findet ihr neben dem schrottigen Autobahnpolizeisimulator 3 auch noch Tests, Previews und Specials zu guten Spielen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017